Jo Leute, und willkommen zurück bei einer neuen Runde vom Wikipedia-Spiel. Mit dabei sind wie immer der Hafti und der Burns. Die meisten von euch werden wahrscheinlich gar nicht mehr wissen, worum es in einem Wikipedia-Spiel geht. Und zwar, ja ganz kurz die Erklärung, wir wollen vom einen zum anderen Artikel kommen mit in Wikipedia-Links. Mit innertextlichen Links und so weiter. Wir wollen heute von YOLO zu Nietzsche kommen. Oh yeah, das ist auf jeden Fall eine richtig zicke Kombi. Und ja, Countdown. Auf die Plätze, fertig, los. Deutsch. Germanische Sprache. Oh warte mal, ich weiß gar nicht, ob ich da gut hinkomme. Wie groß ist der Artikel? What? Gibt es wieder Deutsche, das Hochdeutsche? Deutsch. Den wichtigsten Sprachen der Welt. Wie komme ich denn jetzt dann bitte? Was? Ernsthaft? Äh, Moment. Germanen. Ich muss ja irgendwie... War ja nicht Preußer oder so, Nietzsche? Ich glaube, war das nicht schon ein bisschen später? Literatur und Philosophie. Sprachige Philosophie. So, da bin ich doch schon ganz gut, oder? Ah, super. Wo bin ich denn jetzt? Soziolinguistik. Okay, das ist falsch. Äh, Kant? Nein, nimm los nicht bei der Kirche. Was schon mal Zeit? Sozialpsychologie. Ja, ich bin weiter als ihr. Psychologie. Scheiße. Die Relativitätstheorie fällt unter Philosophie interessant. Ähm, fuck, wann hat denn der gelebt nochmal? Ich glaube, irgendwie spätestens 18 Jahre alt. Ach, Liste, ich brauche eine Liste. Eine Liste. Ich war... Nietzsche hat doch Kant so scharf kritisiert, deswegen liege ich mal über Kant. Angewandte. Ja, was hat denn der für eine... Rezeption. Was hat denn der für eine Psychologie betrieben, der Mensch? Äh, Gott ist tot und shit. Ach Gott. Geh über die Religion. Hihihi, die Palle. Sigmund Freud. Ne, warte mal, da bin ich glaube ich falsch, oder? Ja, Wolfgang von Goethe, Friedrich Schäder, die Bruder Grimm, Heinrich, Heinrich, Heinrich... Hast du? Lol, über was bist du gegangen? Ich bin gegangen über Deutschland, deutsche Kulturshit, Philosophie, Immanuel Kant, dann auf Rezeption und dann steht da drin, dass Nietzsche Kant kritisiert hat und so war ich auf Nietzsche. Ah, stimmt, zu Kant hätte ich auch kommen können, ach, das ist natürlich blöd. Na gut, also, stets hast du einen Punkt, mehr oder weniger, ich weiß nicht, sollen wir mal Punkte wieder spielen, oder? Ja, ja, machen wir noch ein paar Runden machen. Best of Three, ja. Aber ich werde... Ja, ich werde aber trotzdem einen Cut machen, weil wenn ich aus dem Browser rausgehe, dann spackt die Aufnahme immer. Weiter geht's, diesmal von da, wo wir eigentlich hinwollten, und zwar von Nietzsche zum Silberrücken, den ich euch mal gerade zeigen kann, hier der epische Gorilla. Warum eigentlich so ein Detailthema? Ja, damit es schwerer ist. Damit man nicht wieder einfach einen Zweiter Weltkrieg und fertig. Läuft die Aufnahme jetzt schon? Ja, die Aufnahme läuft. Ja, wie professionell, wie professionell. Egal, da unten gibt's aber jedenfalls ein Unterthema zu Übermenschen, ja. Übermenschen, ja, aber die ziehen wir den Artikel hier auch gerade mal. Wie auch immer. Christoph, wir brauchen deinen Computer. Fertig, los. Universität verarsölt. So, jetzt komm ich zum Platz. Weimar. Scheiße, das war schlecht. Universität, das ist schon mal gut. Okay, das ist schon mal die ganz falsche Universität, das ist ein Bauhaus. Oh. Bau, Kunst, Kunst. Anatomisches Museum, so. Ah, super, du willst ja schon gar nicht... Mein Gott, ich bin bei Primaten, nur irgendwie... Ich bin bei... Ihr wollt gar nicht wissen, wo ich bin, ich bin bei Architektur. Systematik, ja, jetzt geh ich über die Systematik der Tiere, ha. Lateinisch, Latein, okay. So, jetzt geh ich zum Reich, nein. Europa, nein. Menschenaffen. Warum? Aber gut, oder? Europa, Erdteil. Gorilla. Kontinent, ja, Kontinent, fangen wir von ganz außen an nochmal. Äh, äh, Gorilla. Okay, das ist... Ich bin plötzlich bei einem Sternenbild, fuck. Wo lebt denn, was ist das denn, weil das ist der östliche, der westliche, deine Mutter Gorilla, das ist... Ich weiß nicht, ich hab gewonnen, ich hab den Silberrücken, so auf Bitches. Was? Ja, ja, ich hab's. Lol, ich bin, ich bin bei... Ich hab den runtergescrollt den ganzen Artikel, wenn ich den Silberrücken gefunden hab. Ich hab den westlichen Flachland Gorilla, ich hab den Berg Gorilla, den River Gorilla, den westlichen Gorilla, den östlichen Gorilla. Ja, hier ist der Crossriver Gorilla, ne? Ja, 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 der Crossriver Gorilla. Ja, hast du den auch da gefunden, bei der inneren Systematik? Ich war bei... Nein, ich bin auf Mensch, also Philosophie, Mensch, Primaten und dann auf Affen und dann... Also ich war jetzt auch ganz nah dran. Ich bin über Universität, zu Anatomie, zu Systematik der Lebewesen und dann zu Gorilla gekommen. Gemein. Ja, die Imbalisten mit dem Systematik der Lebewesen. Da muss man immer so jeglichen Kratzen allgemein wissen, den man hat immer rauskratzt für das Kackspiel. Ey, das macht mir immer Kopfschmerzen. Ey, da gibt's bestimmt einen direkten Link zu dem scheiß Gorilla. Ja, wie... Ja, ist ja auch einer. Scroll mal runter. Bisschen. Ich such gerade. Ich hab... Ich find jeden... Jeden Gorilla, den es gibt, ey. Aber stopp, ich werd den Link nicht mehr finden, weil der jetzt ja eingerückt ist. Aber doch, äh... Äh, beim Allgemeines im dritten Abschnitt. Im dritten... Dritten Abschnitt. Allgemeines. Aber bevor wir weiter über Gorillas diskutieren, würde ich sagen, mach ich nochmal einen Cut. Und ja, man sieht's in der dritten Runde wieder. Ich hab drüber gelesen, ich Idiot. Ich hatte den Link. Okay. Jo, Leute. Und, äh, da sind wir wieder. Und diesmal gibt's bei mir oben im Tab keinen neuen geöffneten, äh, Artikel. Und zwar ist es so einfach. Wir wollen nämlich von da, wo wir eben waren, vom Silberrücken zu League of Legends. Ja, genau. Okay, los, komm. Ja, Christoph, der Counter. Äh, auf die Plätze. Fertig. Los. Gorilla. Ja. Von Affen sind. Geschlechts-Neomorphismus. Afrika. Ja, genau. Ja, genau, genau, genau. Äh, Weltwirtschaft. Ach, Gott, von... Elefanten. Von Klaus. Klaus. Ähm, Weltwirtschaftskrise will ich nicht... Westblock, Ostblock, Dampfschiffe. Nein, warte mal. Westblock. Kreuzzüge. Kreuzzüge. Warte, falsch. Ich bin, ich wollte da nicht rein. Nein. Ich bin nicht da. Also, in meinem Massenmedium ist das gut. Ich denke schon. Ich bin bei den Kreuzzügen. Ich werde da nie wieder rauskommen. Ich werde da nie wieder rauskommen. Naturschutz. Informationswissenschaft. Da ist aber bestimmt was mit Internets. Ich bin... Ich bin... Ich hab's wieder geschafft. Deutsch-Sachige Wikipedia. Ich hab's wieder... In der Kirche? Ich hab's wieder geschafft, in eins der Tabuthemen reinzukommen. In die Kirche, fuck. Al-Qaida. Al-Qaida, okay. Ich komm den ganzen Tag wieder zurück. Scheiße. Wohin wollt wir? Achso, zu dir. USA. So, US-O, fuck. Das ist auch ein bisschen... Neu-Delhi, da komm ich zu Internet-Branche. Nee, doch nicht. Okay, okay. Jetzt hier ganz vorsichtig. Ich bin beim Dingens Medien und finde kein Internet. Also, ich bin bei Vereinigten Staaten und finde kein NSA. Warte. Freie Software. Militär, Wirtschaft, Verkehr. Software, da hab ich gerade dann doch wieder überholt. Bei Film. Ich könnte ja mal bei Film. US-amerikanischer Film. Da muss doch irgendwas mit Medien kommen. Komm, Kommunikation. Nee, Erster Weltkrieg will ich nicht. Freie Software. Filmkunst, so. Ach, sehr. Ach nee, scheiße. Das ist jetzt diese psychologische Kommunikation. Ach nee, die wollte ich doch gar nicht. Film, Filmindustrie, Fernsehen. Fernsehen als Medium. Massenmedium, das ist doch toll. Ja, da war ich auch schon. Kommunikationsmittel will ich nicht. Vielleicht sollte ich da nochmal hin zu Massenmedien. Vielleicht war das besser. Ich gehe mal zu Webseiten im Internet. So, Internet. Software-Technik. Was, wo hast du denn jetzt die Webseiten gesagt? Ich hab eben auch drüber gelesen. Speichermedium. Internet, Internet, Speifest. Ah, Webseiten, Webseiten. Ah, ah. Programmfehler. Da muss ich zu League of Legends kommen. Server. Bei Web-Server. Da komme ich doch sicher zu League of Legends. Patch. Server. Ja, warte mal. Ich wollte da gar nicht unbedingt hin. Server. Server, Webbrowser. Ich gehe nochmal zurück zu Webbrowser. Computer-Programme. Offizieller Patch. Programmier-Spiele. Oh, warte mal. Mods, Hacks, Online-Communities, Software-Hersteller, Computerspiele. Nein. Software-Lebenszyklus. Produkt-Lebenszyklus. Warte, nein. Produkt-Lebenszyklus. Das will ich nicht. Unter-Programme. Byte-Code. Geschichte der Videospiele. Ausführbare Programme. Oh, warte mal. Das ist... Ich bin zu tief. Geschichte der Videospiele. 2000 bis 2009. Oh, keine Liste. Oh mein Gott. Über Punkt-Exe komme ich doch sicher auf irgendwas Cooles. Windows. Oh, warte mal. Wichtigste Spiele des Jahrzehnts. Komm, da ist es jetzt drin. Ich hab' nach The Legend of... Wir nannten was The Legend of Zelda. Ich bin bei Windows 8. Was will ich bitte bei Windows 8? Ganz ehrlich, hier steht Computerspiele nach Jahr. Nein, wie lame. 2009. Da war's drin. Jetzt muss ich einfach nur noch unter L gucken. League of Legends bin da. Ja, wie lame. Ich bin bei Windows. Ja, ich war... Ich war auch gerade bei Windows. Ja, ich wäre jetzt am Schluss wahrscheinlich über den Emulator zu Games oder so gekommen. Na, super. Ja, gut. Soweit für die neuesten Folge von dem Wikipedia-Spiel. Als Endes hat unser Programmfehler geklappt. Seit Ewigkeiten mal wieder gespielt. Und wenn ihr Bock habt, natürlich auch wieder mehr und überhaupt mehr davon. Und ja, man hört sich. Bis dann. Wir sind jetzt mal League of Legends spielen.